Wie hat sich eigentlich die Integration von elektronischen Signaturen wie U-Sign auf Ihr Unternehmen ausgewirkt? Die E-Signatur ist sehr gut aufgenommen worden, also nicht alle Kunden nutzen es und ich denke wir haben auf jeden Fall ganz klar mehr Kunden gewinnen können, weil wir halt so eine lösen können. Okay, perfekt. Was ist eigentlich Ihre Lieblingsfunktion in der U-Sign-Lösung? Wir schätzen vor allem die Reminder-Funktion, weil wir uns da nicht nur mal darum kümmern, das in Erinnerung zu schicken, wenn jemand halt nicht unterschrieben hat. Das macht U-Sign und das ist für uns halt sehr praktisch.